Jo moin Leute, herzlich willkommen zur UEFA Champions League. Das Halbfinale steht an Saison 2020-2021. Davon gibt's nur einen Teil, weil, ja, sonst wär das wieder zu kurz. Halbfinale, Hinspiel, los geht's. Heute um 21 Uhr Real Madrid gegen FC Chelsea. Das gewinnen die Blues aus Chelsea mit 1 zu 3. Und morgen um 21 Uhr Paris Saint-Germain verliert zu Hause gegen Manchester City mit 0 zu 2. So, das war's vom Halbfinale. Hinspiel der UEFA Champions League Saison 2020-2021-2021. So, wenn ihr das Video gefallen hat, lasst ihn leichter. Vergesst kein Auber, dann nehme ich die Glocke. Ciao. Ciao.